So, Endboss. Aber wohl, wir haben ja noch Fahnen, aber... Hier ist jetzt alles zu. Kann ich an den Hebel ziehen? Interagieren. Habt ihr gut versteckt. Das habt ihr euch gedacht. Da dachtet ihr, ich komm da nicht drauf, ne? Achso, ist auf beiden Seiten. Gut, dass ich gerade noch zugemacht habe. Kannst du die Tür aufmachen? Ich hoffe nicht. Hab ich ein Schwein! Ui. Ich glaub, der ist ein bisschen sauer. Aber kann er ja. Kannst du mal gucken, was ich mit dir mache hier. Hier, schön. Stell dir hier ein Geschenk hin. Ja, ja. Glaubst du, dass du hier so... Das ist der Endboss, ne? Die Musik ist ein bisschen wirr. Passend zu Hansi. Hansi. Stell das Ding jetzt da hin! So. Messer, jetzt ist der schon wieder weg. Oder stell ich aber lieber jetzt ein paar mehr auf. Da hab ich Schiss. Der war so... Der war so ein bisschen angefressen, glaub ich. Dass sich ihm die Tür aufgemacht hat, so. Ne? Da dachte er, ja, hey! Das haben wir nicht gewettet. Ne? Gut wär ich auch sauer, wenn einfach einer hier reinkommt und... 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 Naja, gut. Ohne zu klingeln. Macht man ja auch nicht. Dann würde ich auch direkt... Da laufe ich genauso rot an und, äh... Da schnapp mir einen Stock und... Wedel damit wild herum. Soll ja manchmal helfen. Zum Beispiel auch im Bus, ne? In öffentlichen Verkehrsmitteln. Rot anlaufen und wedeln. So, komm doch mal raus, Freundchen. Oh, das macht dem gar nichts. Oh, und der hat ein... Großes... Großes Ding. Oh, da hab ich mich mal voll konzentriert. Das ging ja fast in die Hose. Schnell verbinden. Aber es war spannend. Ich war voll konzentriert. Das hat sich mal gut angefühlt. War mal was anderes. Und da trinken wir direkt einen Schluck, weil das hat... Das ist ja... Näher von aufreibend hier. Gespenst. Mittelgroßer Rubin. Oh, wir kriegen Kohle-Schotter hier. Und ich befürchte, das war nicht der Endboss. Ist hier noch mehr? Da hinten, das ist... Oh, oh, oh. So, Hebel. Das ist doch bestimmt wieder alles eine Falle hier. Hat der hier gewohnt? Klar, dass der sauer war. Hier konnte man runterspringen. Ne, das ist der Gang. Vermute ich. Damit der nicht rein oder rauskommt. Die liegen tot herum. Oh, hier ist... Oh, hier ist Folter. Ne, äh, nicht Folter. Na. Henkerkammer. Direkt aus... Nennt man das Schafott? Schaföttchen? Aber trotzdem haben die ihre Köpfe, ne? Die haben sie geköpft und dann... Oder halt nicht. Die sind dann vor Schreck gestorben. So, nein, wir wollen nicht geköpft werden. Und dann im Herzinfarkt gestorben. Nur Geisterviernis. Hallo, ist hier nicht mehr? Was ist denn hier? Was soll denn das? Hallo, ich habe hier schwer gekämpft. Ich will eine Belohnung haben. Bitte. Was ist denn los mit euch? Schundhauf. Toll. Oh. Kaltstein. Ungewandter Mana-Stein. Aha. Ach, den kann man sich in den Bauchnabel propfen. Propfen. Alles mitnehmen. Verscherbeln wir. Mehr ist hier nicht. Das war's. Oh, warte mal. Ich habe jetzt so ein bisschen... Guck mal, da kann man durch die Mauer gucken. Ist das so beabsichtigt? Egal. Da hat's rechts, hat's geklickert. Das kannst du mir doch nicht verklickern. Ja, da geht die Tür auf. Aber ich wollte noch schnell, bevor wir weitergehen, hier gucken. Ja, ja, genau. Dann fällt man hier runter. Ja, ja, ja. Dass der Geist da nicht langgegangen ist. So ein Doof. Oh Gott, jetzt das Schlimme ist, es geht weiter. Das war nicht der Endpost. Ich dachte, cool, haben wir direkt abgeschlossen. Oh Gott, und wir brauchen viel mehr Tapete. Wir brauchen viel mehr... Nee, Wasser haben wir ja gefunden. Und viel mehr... Was brauchen wir noch? Sollte ich die mal anlegen? Nee, Händler, Stiefel, Paltrüstung. Nee, gerade nicht. Wo war's? Warte mal, Schlagfertigkeit 9. Und Widerstände. Oh, der Mantel ist viel besser. Und hier hat er jetzt den Beutel gesteckt. Nee. Ach, wir haben direkt Gewicht, weil das andere... Ja, ich weiß. Ah. Hm. Wie mache ich denn das? Ja, komm, packen wir das in den... Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir komplett viel zu voll wieder. Und das macht hier die Tür zu... Ich hab nichts gesagt. Psch, da ist einer. Ich bin wieder wieder völlig viel zu viel in Gedanken. Und wir haben nur noch drei Fallen. Wie viel hab ich... Wir haben so viel mitgenommen. Wir brauchen viel mehr. Das muss alles viel mehr Schaden machen. Das kann doch nicht sein, dass wir die... Die sind einfach zu gut. Oh, sollen wir da so ein Ding rein? Hau um. Wäre lustig, ne? Ja, komm. Bevor das schief geht. Dann nehmen wir... Ach, damit verstärkt man die Fallen. Klar, wir brauchen teurere... Materialien. Also nicht nur Nägel. Da müssen wir schmieden lernen. Da müssen wir irgendwas Geiles reinfriemeln. Doch, dann kann man bestimmt die Sprengsätze nach auch selber bauen, oder? Sag doch mal. Das könnt ihr mal spoilern. Das war aber klar. Alchemie gibt's ja. Oh. Oh, da kommt er schon. Soll ich ihn erst mit dem Bogen behaken? Na klar, machen wir das. Deswegen sind wir ja hier. Nein. So. Und nicht den Bogen ziehen. Der zieht Ausdauer. Na, guck da um die Ecke. Überraschung. Machen wir mal nur einen Schlag. Boah, der nutzt aber ja auch jede Gelegenheit direkt, ne? Sollten viel mehr ausweichen. Der ist mir über. Da rennen wir schnell weg. Ich versuch's. Ich weiß zwar nicht. Oh Gott, ist das Dusk da hier? Nee, wir haben keine... Oh, wir haben fast überhaupt gar kein Leben mehr. Voll Gas. Irgendwohin. Einfach geradeaus. Vielleicht lässt er ja ab. An seinem toten Kollegen vorbei. Oh Gott, sind wir kaputt. Ausdauer. Wer guckt euch die Anzeigen an? Ich baue einfach mal heimlich ein Zelt auf. Nicht, was ihr denkt. Ja. Einfach mal hier auf der Treppe schlafen. Wei, oh wei. Jetzt müssen wir aber ganz dringend schlafen. Und, 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 und. Vorher. Nein, obwohl, nee. Oh, den sparen wir uns noch auf. Äh, Zelt, Zelt, Zelt. Oder wir nehmen nur eine Matte. Wo ist die Matte? Hier, Matte, Matte. Immer schön auf der Matte bleiben. Hier können wir nichts hinlegen. Ach, das ist der Trick. Ach, komm. Ganz dunkel. Hier neben das Fass. Komm, leg. Mach doch mal. Hansi. Was ist denn los mit dir? Das war ja mal. Aua. Ich könnte die Waffe mal verzaubern. Oder müssen wir mindestens vier Stunden. Und mal fünf Stunden. Hunger, Durst. Ja, ist okay. Oh, da verbringt man direkt mal fünf Tage in so einer Höhle. Wegen drei Monstern. Aber so ist das Leben, ne? Hat ja Realismus. Häppchen trinken und Schluck essen. Wo haben wir nur... Ah, hier werden wir... Oh ja, irgendwas mit Zauberkräften. Nehmen wir direkt und eine Gabere obendrauf kommen. Sollst du nicht leben wie... Wie Hempe hinterm... Sollst du ja nicht hinterm Sofa, ne? Wohnen. Da wohnen ja schon die Staubwürfe. Voll, ganz voll sind wir nicht. Ach so, hier, das Gezeugs mal auf die... Einfach mal ausprobieren. Aha! Ich dachte, da kommt ein Monster. Das klingt ja mal richtig... Für drei Minuten. Äh, äh, raus hier. Oh cool, dann hauen wir den jetzt direkt platt. Komm, ich hab ein Lichtschwert. Ich bin jetzt, äh, Jedi. Oh, das ist aber... Oh, hu. Da kommt er schon. Dich meine ich. Mit dir hab ich geredet. Kannst du das jetzt nicht tun? Ach so, ich hab zu oft gedrückt. Oh, ich hab ihn. Der erwischt mich immer und ich gar nicht hier. Geht's noch? Oh, wir sind schon wieder fast platt. Er aber auch. Er keucht schon. Oh, die Ausdauer, die Ausdauer. Nicht gut. Wir ziehen uns taktisch zurück. Oh, und bleiben erstmal am Balken hängen. Am erstbesten. Nee, den kriegen wir nicht klein. Was heißt wir? Ich nicht! Hansi nicht. Was mache ich denn da? Hätten wir doch noch fallen. Mann. Können wir mal jemandem G-Fallen tun? Ist der denn immer noch am Poltern? Habt ihr noch Fallen hier liegen? Kriege ich eure Türen überhaupt auf? Interagieren. Ach, du Schande. Kommt der jetzt hier hoch? Ich hoffe ja nicht. Nee. Mann, oh Mann. Also selbst das Leuchteschwert bringt nix ätherischer Schaden. Ja, aber, 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 aber. Aber er hat Schaden gekriegt, oder? Wie viel haben wir ihn abgezogen? Hab ich gar nicht so mitgekriegt. Hm. Hm. Bin ich jetzt leicht überfragt. Jeb könnten wir mal trinken. Hier, zack. Kostet ja nix. Dafür haben wir es. Ja, ja. So, was haben wir hier? Karbärenwein. Ähm, hm. Was sollen wir tun? Guter Rat, teuer. Ich hätte gerne noch ein paar Fallen, aber haben wir nicht. Oder könnte ich Fallen bauen? Hab ich ein Bastelset? Nee, ne? Wenn ich das selber rauskriege, wie man das baut, ich weiß das ja nicht. Mit dem Stock. Nee, haben wir nix. Haben wir nix. Ich will den jetzt aber hauen. Das sah ja ganz gut aus. Vielleicht anschleichen und von hinten. Klingt auch falsch, ne? Aber das ist jetzt... Das haben sie aber auch ungeschickt hier. Bist du denn so zehn Zentimeter größer? Stößt dir die Pirna an den meisten Teil. Deswegen hängt man sowas ja nicht in so einem Gang, sondern da macht man... Naja, ist eh... Ist eh wieder so ein Ding, ne? Hier. Fällt euch wieder was auf? Ne? Seht ihr? Feuer. Und oben schön Holz. Direkt. Ja. Und die Schale wahrscheinlich auch aus Holz. Nee, aber... Aber hier magisches Feuer. Das haben wir. Hätten sie das da hängen sollen? Oder wartet da? Hat der mich schon gesehen? Ich wollte doch erst mal was... Aufs Messer schnieren. Warte, lass mich noch... Ich hab da unten die Tür im Blick. Ich nutze das hier. Ich nutze alles. Boah, macht der Sound mir Angst. Der kommt so richtig... Also wenn du Kopfhörer auf hast, geht der ja richtig durch... Durch den Hals. Durchs Mark. Und dann durchs Bein. Jetzt machen wir die Lampe aus. Und schleichen. Super. Mit dem Leuchteschwert hilft schleichen ja richtig viel. Ob sie daran gedacht haben, haben sie wahrscheinlich daran gedacht, so wie die das hier programmiert haben. Ja, natürlich sieht er mich. Mann, heb mir noch das Schwert höher, äh, schneller hoch. Wie lässt sich da immer Zeit? Wow, das war ein Volltreffer. Der hat gesessen. Mein Freund. Jetzt hab ich dich. Das kannst du jetzt nicht tun. Warum kann ich manchmal was nicht tun? Ah, bevor er schlagen konnte. Ich bin ein... Ich bin... War ja gar nicht so schlimm alles. Ah. Okay, man muss... Man muss jetzt gucken, wann die Deckung... Es ist ja... Das jetzt... Also die Kämpfe sind ja mal so richtig spannend. Guck mal, wie cool das aussieht hier. Alles in lustigen Neonfarben getaucht. Hoffentlich kommt nicht noch so einer. Dann sind wir im Eimer. Hier schnell noch... Äh, warte mal. Ne Tapet ankommt. Ach, wir könnten auch mal den Helm aufsetzen. Hier, setz doch mal was Vernünftiges auf. Und die Schuhe haben wir die besten an, ne? Ja. Vielleicht nehmen wir dann mal ein bisschen weniger Schaden. Ach nee, wir sind den ganzen Weg garantiert. Und hier die Gänge haben wir noch gar nicht alle kontrolliert. Ach doch. Nö. Ich dachte, da wäre noch einer. Wo kommt der denn her? Da hängen die Augen noch in der Luft. Warte mal, kann ich mir die auf die Augen setzen? So. Warte mal. Der lächelt. Guck mal, wie der lächelt. Warte. Warte. Äh. Äh. Hallo, ich bin Hansi. Wer läuft da schon wieder was aus der Nase? Wie, 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 wie. Warte mal, wie, 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 wie.